3, 2, 1 Moin, Moin, Anton Lothar Dautisch, herzlich willkommen zu Splinter's and Conviction von mir in the Manus of Chaos Club. Wir sind letztes Mal am Lincoln Memorial stehen geblieben. Ich bin drin. Was jetzt? Ich habe die Präsidentin am Apparat, Sam. Wir müssen das Gespräch zwischen Reed und Galliard abhören. Verwandt das Memorial? Daran haben wir gedacht. Leider haben Galliards Leute den Bereich überprüft, bevor der Vizepräsident seine nette Rede gehalten hat. Für neue Geräte blieb keine Zeit. Und unser Plan B? Bist du. Die Kameras von heute Morgen sind noch dort. Du musst in den Raum gehen, von dem aus sie gelenkt werden. Hack die Kamerasteuerung und übertrag das Signal an uns. Einfach so, ja? Gebt mein Bestes. So. Ja, damit ist der Auftrag klar. Da oben reingehen und sich das Gespräch anhören. So. Die Tür zahle ich später. Egal. Weiter geht's. Okay, Grim. Oh, das steht in dem Kamerakontrollraum. Läuft. Was jetzt? Synchronisiere den Datenstrom der Konsole mit uns, damit wir die Bilder bekommen. Sollte leicht zu hacken sein. Sekunde. Das war's. Mach dich mit der Kamerasteuerung vertraut. Wir haben es hier mit Richtmikrofonen zu tun. Gute Qualität, aber stark von der Ausrichtung der Kameras abhängig. Wenn du Reed und Galliard im Bild hast, bekommen wir Ton. Ansonsten hören wir gar nichts. Und da kommen sie schon. Los. So. Jetzt will ich dir raten, was wir machen. So. Da haben wir den einen. So, da kommt der andere. Wir können jetzt natürlich auch so switchen. Wir müssen halt jetzt das Gespräch anfangen. Wir gehen mal hier. Es wird weg. Es ist schön, dass Sie es geschafft haben. Wir müssen da dringend noch ein... ...besprechen. Die heiße Phase beginnt und Sie wollen hier über irgendwelche Kleinigkeiten diskutieren? Die Gegend ist sauber. Und ich wusste, dass Sie hier vor Ort sein würden. Ihre Firma war doch für die Logistik zuständig. Eine meiner Firmen. Korrekt. Mir gehören einige. Unter anderem Black Arrow. Darüber wollen Sie vermutlich sprechen. Zu den Fehlern von Black Arrow kommen wir später. Ich würde gern die Eckpunkte für einen reibungslosen Ablauf klären. Ach nein. Wirklich? Beeindruckend, dass er das gesagt hat. Was sagen Sie denn zu Samsons Rede? Nette Effekt-Tascherei. Er sollte seinen Schreiber eine Gehaltserhöhung geben. Nun ja, er behauptet, dass er seine Reden selbst schreibt. Es gefällt seinen WLAN-Bischof. Hm? Ach. Ach komm. Welche denn sonst? Hätten wir jemanden besser? Hä? W- Doch. Ich bin doch drauf. ...dieter miteinander um. Genau das wollen Sie, Leute. Meine Auftraggeber wollen, dass Sie Fische erledigen. Hören Sie auf, Ihre Zeit. Und Ihr Geld zu verschwenden. Wenn Megiddo kalte Füße bekommt. Nur damit das absolut klar ist, Reed. Megiddo hat diese Operation geplant. Megiddo hat diese Operation bezahlt. Und Megiddo würde es gar nicht mögen, wenn uns jemand dazwischen funkt. Er funkt uns nicht dazwischen. Meine Leute übernehmen ihn. Denn Black Arrow hat das ja nicht geschafft. Black Arrow ist meine Baustelle. Sie halten sich an den Plan. Alter. Wo denn? Sehen Sie uns doch an? Hä? Machen wir geschehen. Ey. Wenn unser Name... ...mh, wirklich? Ich dachte, Sie genießen es, im Rampenlicht zu stehen. Ich tanze, wenn es sein muss. Auf der Bühne steht man immer auf... Was erklären würde, wieso Sie noch hier sind. Ich überwache den Ablauf. Warte mal. Ich... Du musst sie besser... Man hört im Hintergrund, die englischen Sekunden stimmen. Sie bricht bald die Hölle los. Meine Männer werden zu tun haben. Ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren. Verlangt auch keiner von ihnen. Ach, wirklich? Es geht um Ihre Sicherheit. Und unsere Operation. Manche Dinge benötigen eine persönliche Note. Ich nehme an... Das war's fürs Erste. Wir sehen uns hinterher. Auf Wiedersehen. Kümmern wir uns um Reed. Nein, es wäre klüger, erst mit Galleard zu sprechen. Reed finden wir jederzeit. Da stimme ich zu. Ich möchte mehr über Megiddo erfahren. Und Galleard ist unsere einzige Spur. Okay. Ich versuche, Galleard aufzuhalten. Ja. Ja. Was? Wow, sorry. Galleard? Mr. Galleard? Mein Name ist Anna Grimstad hier. Ich rufe im Auftrag von Tom Reed vom Third Eccolon an. Ich weiß, wer Sie sind. Hab gerade mit Ihrem Boss gesprochen. Was will er jetzt schon wieder? Sie sollten wirklich nicht so unhöflich zu Grimm sein. Wachen! Wo zum Teufel sind meine Wachen! Hier sind nur Sie und ich, Lucius. Reden wir. Was treiben Sie und Reed so? Wenn Sie ihn jetzt fragen, antworte ich. Runde Witze, ne? Wir haben Ihnen einige gegeben und er blutet schon. Direkt, ey. Oh! Ah! Aua! Er ist nur ein Handlanger. Du, meine Güte. Sind Sie schwer von Begriff? Das ist eine Nummer zu groß für Reed und der Third Eccolon. Warum will Reed, dass Sie aus der Stadt verschwinden? Sie sollten dringend mal an ihren Verhörtechniken arbeiten. Okay. Alles klar. Wenn du das willst. Bam! Bam, Junge! So. Noch was. Ich will eine Show abziehen, wenn die EMPs gezündet wurden. Es gibt drei von Ihnen. Sie sind über die Stadt verteilt. In ein paar Stunden gehen Sie hoch. Danach will er den starken Mann spielen. Es gibt Leute, die er beeindrucken möchte. Die EMPs. Wo finde ich sie? Sagen Sie doch bitte. Ja, okay. Komm, wir fragen, wir sagen mal bitte, ne? Ich weiß nicht. Das ist Teil des Plans. Sie können es nicht verhindern, Fischer. Es ist zu spät. Und der Nummer zu groß für Sie. Die Leute für dich arbeiten. Okay, er will also nochmal. Womit können wir denn noch interagieren? Ich glaube mit dem hier. Ach, nochmal. Ah, nochmal schön in die Eier getreten, ey. Komm her jetzt. Megiddo, wer ist das? Es sind diejenigen, denen diese Stadt gehört. Genau wie Moskau, Peking und alle anderen Orte von Bedeutung. Es sind diejenigen, die mich hier rausholen werden. Und sobald Reed seine Arbeit hat, weiß... Jetzt ist es an Reed. Verdammt. Komm, teilen los! Sam? Was ist passiert? Galliard ist tot. Sein Mörder haut gerade ab. Er muss überleben. Vielleicht ist er ein Bindeglied zwischen Pothelon und Megiddo. Lauf. Zack, zack, zack. Hinterher da. Ich sehe ihn. Er ist auf der Bühne. Ja. Ich sehe ihn doch auch. Aus dem Weg. Machen Sie doch bitte die Augen auf. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Hält Zeit für Augen aufmachen. Er ist in das Zelt gerannt. Er ist im VIP-Zelt untergetaucht. Vereil dich, denn du verlierst ihn. Der Mann kommt nicht. Komm her jetzt. Ich mach dich kaputt. Ja, ich bin noch hinter ihm. Sam, gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Ja, okay. Kein Polizist. Ich hab ihn gefeuert. Sam, er wartet auf dich. Dachtest du, wir finden dich nicht? Ist erledigt. Woll dich zu ihm. Sam. So ein Mist. Egal, machen wir anders. Machen wir anders. Ich muss da anders rangehen. Mann ey. Davor hört man mal einen Schwarzen und tritt ihn zweimal in die Eier und dann erfährt man doch nichts. Ich kann bei der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Okay. Ja, kein Problem. Machen wir. Kein Polizisten-Mörder. Abschnitt durchlaufen. Schnappen wir ihn uns. Er wartet auf dich. Okay. Sie sollten rauskommen. Sie machen es nur noch schlimmer. So. Nein, nein, nein. Es ist vorbei. Geh auf. Ups. Ich hab ihn nur zweimal getreten. Polizei geben. Filter. Wie war's das weg los? Vor der Polizei versteckt man sich nicht. Okay. Zeig deine Hände. Nein, nein, nein. Ich hab doch F getrackt. Verdammt. Ich hasse. Mann, warum kann ich den nicht einfach über den Haufen schießen? Ich meine, ich kann es verstehen. Aber warum kann ich den nicht einfach über den Haufen schießen? Ah. Gegenüber der Polizei keine tödlichen Techniken anwenden. Befehl von der Präsidentin. Boah, ey. Ah, zack. Kein Polizisten-Mörder. So. Ausschwärmen. Erledigen wir das Schwein. Er wartet auf dich. Vor der Polizei versteckt wird. Das muss vieler sein. Nach dem Kalt. Da ist er. Belastend. Das Spiel ist zu Ende. Belastend, ey. Polizei, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich finde das so gut, wie die Polizeitypen die gleiche Stimme haben, wie die Leute von Black Arrow. Vorwärts. Ich nagel Ihnen Fälscher. Er ist da drüben. Ich brauche nur einen Schuss. Rauskommen. Sie können nicht fliehen. Ich kenne ich das. Magazin leer. Lade nach. Ihr Verdächtigt. Verstehe. Okay, Arschloch. Das reicht. Bist erledigt. Dies war. Aber, ey. Kopffluss gegeben. So, weiter hier. Aua. Zack. Rübergeslidet. Gar kein Problem für mich. Er wartet schon wieder auf dich, Sam. Komm her, Fischer. Ich warte auf dich. Er wartet auf dich. Na los, Fischer. Komm her. Ich warte auf dich. Super. Mega geil. So. Hoch da. Zack. Komm her. Ich warte dich fertig. Er ist runtergesprungen. Ja. Ich bin noch unterwegs, Grimms. Sortier, verdammte Angst. Alle raus aus dem Zell. Sofort. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin halt alt. Der hat eine Waffe. Sicher, der hat eine Waffe. So. Hier lang, hier lang. Er hat sich teleportiert. Bob, du musst sofort ein Kamerateam her schicken. Da. Du musst sofort ein Kamerateam her schicken. Das ist super gut, ey. Du musst sofort ein Kamerateam her schicken. Hier ist Schießerei. Auf mich wird geschossen. Schick ein Kamerateam her. Komm her, sei in Not. Oh. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Ich habe Fischer gefunden. Ah, hast du nicht. Es ist vorbei, gib auf. Die Polizei findet jeden. Das kennen sie doch aus dem Fernsehen. Los. Nein. Zack. Einmal ins Gesicht getreten oder so. Oh, lol. Jetzt hat er jemanden umgebracht. Shit. Ich hätte ihn retten können. Gewissens Bisse. Keine Zeit für. Aua. Die Polizei zieht sich aus deinem Abschnitt zurück. Oh Mist. Irgendeine Ahnung, wieso. Ich höre mal in ihren Funkverkehr rein. Alle raus, sofort. Der Kerl ist bewaffnet. Oh shit. Er verlässt das Café. Bin unterwegs. Er läuft in Richtung der Allee. Da ist er. Wir warten. Er läuft zum Auto. Ja. Wir werden ihn verlieren. Nein, ich bin da. Ja, ich will. San, geht es dir gut? Theoretisch ja. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Ferd-Eccolon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir. Ach. Was ist mit den Bullen? Die wurden gerade eben von Ferd-Eccolon abgezogen. So viel zu den Samtsanschuhen. Wie komme ich hier raus? Der Secret Service Mann, der dich reingebracht hat, wird dich abholen. Bis er eintrifft, bist du auf dich allein gestellt. Ja, super. Wir versuchen es dann mal richtig zu machen. So, hier rüber. Ziel gesichtet. Nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir werden uns jetzt konzentrieren. Ich bin noch im Verfolgermodus. Ich muss mich jetzt konzentrieren hier. Es ist... Der Abschnitt ist tatsächlicherweise relativ... ...ereignisreich, nenne ich es mal. Und zwar... Zack, ich gehe mir hier hin. Also natürlich habe ich jetzt eine Pistel, die ich noch nicht gelevelt habe. Nein, der kommt her. So. Wo guckt der hin? Immer noch nicht. So. Danke für die Waffe. Die ernährt sich gerade eine zweite Angriffswelle. Ja, dachte ich mir bereits. Shit. Eins. Zwei. Zwei. Sehe, Fischer nicht. Der versteckt dich. Zack. Zack. Aber wenn ich schnell genug bin... ...schaff ich das nicht mehr. Och, Mist, ey. Ich dachte, ich könnte... ...tot von oben. In dem Moment springe ich halt runter. Äh, warte. Mark and Execute. In dem Moment springe ich runter. Das war eine Scheißtaktik. Okay. Weiter, 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 weiter. Bleiben wir hier stehen. So, in der Hoffnung, dass die... ...sie mich nicht sehen. Ich stehe mich mal extra... Nein. Nicht... ...so hin. Nein. Magrim, hast du das gesehen? Hey! Nein. Was mache ich da? Warum läuft der nicht an seine andere vor definierte Person? Äh, in der Position. Mann, so schwer ist das Spiel doch nicht. So, jetzt gib ich mir mal. So, Hannes, Konzentration. Wir machen das. Der eine ist da, der andere ist da. So. Den snacken wir uns gleich mal? So. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hoch da. Ja. Herzenfakt. Nein, 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 nein! Oh! Da sind schon wieder welche hinter dir her. Alter! Mark and execute! Bitte funktioniere schneller! Ja, von wo, von wo, von wo. Okay, von da. Okay, okay. Wie viele? Eins, zwei und drei. Okay, drei Stück. Wir sind deinetwegen hier, Fischer. Komm raus! Wir finden dich ohnehin. Zack. Wir sind nur noch ein bisschen taktisch an die Sache. Kein Sichtkontakt. Wir müssen fertig sein, bevor die Bullen kommen. So, 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 so. Durchsucht den Abschnitt. Findet und erledigt den Penner. Vorsicht, Jungs. Seht ihr irgendwo. Taktisch! Nein! Nein! Das kann nicht wahr, Steiner! Ich wollte ihn als menschlichen Schutzschild benutzen und dann den anderen abknallen. Boah! Meine Taktik ist in hart eingefroren. Früher habe ich das First Strike geschafft. Egal. Wir wissen ja jetzt wie. Ich stelle mich auch gerade ein bisschen duselig an, bin ich ganz ehrlich. So, komm schon. Konzentration, Hannes. Spät. Ich nehme seit 18 Minuten auf. Okay. Damit ich weiß, wo der ist. Das fragen sich bestimmt viele Leute. Warum markierst du denn so oft? Das ist einfach nur, damit ich weiß, wo die lang latschen. Zack. Sam, die ernährt sich gerade eine zweite Angriffswelle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gar kein Problem. Das machen wir wie die... Gerade eben. Ich fand das so heftig, ne? Weißt du? Er guckt uns... Wir springen ihn von oben an. Er guckt uns an und wir treten einfach mal noch so in seine eklige Fresse rein, ey. Okay, 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 okay. So, so, so. Wir stellen uns hier hin. Kein Ziel, wiederhole! Kein... Ziel ist im Erdgeschoss! Markenexecute! Da sind schon wieder welche hinter dir her. Äh, zack. Die Polizei rät auskundigen Verkehrsteilnehmer den Bereich zu umfahren. Nun zurück zum regulären Programm. So. Eins. Ich finde das so gut, weißt du? Wie die sagen, äh, es konnte nur aus dem Tod festgestellt werden. Ein Herzinfarkt. Aber eigentlich wurde der Junge doch abgeknallt. Wie können die da einen Herzinfarkt feststellen? Nein. Hoch, 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 hoch. Ganz viel Pech sieht er mich. LOL! Markenexecute hatte ich vergessen. Gib mir... Nein. Nein, nein, nein. Gib mir... Oh, jetzt kommt... Nein! Es wird Zeit, Sam. Dein Taxi ist da. Wo? Auf der Brücke hinter dem... Nein! Ich... Ich wollte die ganze Zeit die Schrotflinte aufheben. Dadurch bin ich jetzt gestorben, weil ich mir dachte, okay, die anderen mache ich noch fertig. Alter! Boah! Ich sag mal so. Das sind keine Fails, das sind Episoden-Streckungsmethoden. Gleich... Gleichzusetzen mit Wegverlängerungsspiralen. Ich freue mich gleich schon auf H1Z1. Ich... Ich weiß nicht, ob einige von euch kennen, aber ich habe ja mit Hubertus mal H1Z1 aufgenommen. Und der hat gerade seine... Mimimi, Competitive-Spielen ist voll scheiße. Und deswegen spiele ich das alleine. Wow, nein. So. So. Obwohl... Anders, 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 anders. Lauf, hoch. Spring! Okay, okay, okay. So. Eins. Eins. Zwei. Verdammt! Lauf! Zielpersonen versteckt sich. Fischer ist ein Profi. Seid vorsichtig. Zulgleichenzeit gab es eine Massenkarambolage, die einem massiven Polizeieinsatz... Fisch! Scheiße! Sie gibt noch keine Meldungen über Verletzte. Die Polizei... Was ist der Junge? Sie lässt im Abschnitt. Ja, bin ich. Ich mache das jetzt mal richtig sneaky hier, ey. Feind muss in der Nähe sein. Ja, ich... Keine Spur von Fischer. Sicher, dass er beim Lincoln Memorial war? Ja, bin ich. Hier ist nicht. Wahrscheinlich ist der oben. Hier ist Fischer nicht. Wann haben wir wieder Satelliten? Verdammter Mist! Kommt weg! Nein! Ach so. Da sind schon wieder welche hinter dir her. Ja, ich weiß. In keinen Sinne kommen die von hier, ne? So. Also eigentlich kann ich tot. von Umsnacken und die anderen beiden mache ich so weg. Okay. Let's go. Ja, da sitzt ein Shade, ey. Na eins, zwei... Kein Sichtkontakt mit Ziel! Feind lokalisieren und ausschalten! Fischer ist nirgends zu sehen, Mist! Er kann doch nicht verschwunden sein! Ich sehe ihn nicht! Klack! Shit! Es wird Zeit, Sam! Dein Taxi ist da! Jo, bin da! Auf der Brücke hinter dem Café! Bin da! Ich wollte es jetzt nicht noch probieren. Oah! Was denn? Oah! Der Weg! Der Weg! Ein Zeichen dafür, wie sehr Sam sich verändert hatte, war die Tatsache, dass er es überhaupt in Erwägung zog, sich Third Aklon vorzuknöpfen. Er war immer loyal bis auf die Knochen. Doch jetzt war er bereit, ihn in den Hals umzudrehen. Die Schwäche des Gebäudes war seine Stromversorgung. Haupt- und Nebenversorgung waren auf Höhe der Parkebene im Untergeschoss platziert. Mit ein bisschen C4 an der richtigen Stelle konnte Sam die Stromversorgung lang genug lahmlegen, um ins Third Echalon hineinzukommen. Für Sam klang das gut. Er ging rein. Sie sollten ruhig wissen, dass er kommt. Sam, bist du in der Garage? Ja, und ich stinke wie ein Ersatzreifen. Ging nicht anders. Du musst jetzt mit deinem C4-Sprengstoff die Primär- und Sekundärtransformatoren des Gebäudes ausschalten. Spring sie gleichzeitig, wenn du in der Nähe des Empfangs bist. Dann hast du ein paar Sekunden, bis der Notstrom die Sicherheitssysteme aktiviert. Sie sind beide auf der Parkebene, korrekt? Korrekt. In zwei verschiedenen Räumen. Sie dürfen dich nicht sehen, sonst verriegeln sie die Sicherheitstüren. Und spring nicht unnötig vor den Überwachungskameras rum. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao.